Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen PowerPoint-Tutorial. Im heutigen Video wollen wir uns anschauen, wie ich bei PowerPoint eine Fußzeile aktivieren und später auch bearbeiten kann. Das ist eigentlich ganz einfach und ich habe da mal eine Präsentation vorbereitet und hier ist nichts aktiviert, das werden wir nun aber ändern. Für eine Fußzeile wechseln wir in den Reiter Einfügen, in die Gruppe Text und auf den Punkt Kopf und Fußzeile und hier im Reiter Folie finden wir hier die Fußzeile. Das müssen wir zunächst aktivieren und hier sehen wir auch an welcher Stelle das geschieht. Wie man das später ändert, keine Sorge, zeigen wir auch noch. Bei mir ist es jetzt ungefähr hier. Aktiviert ist es nun und jetzt könnte ich hier aber auch sagen, ich möchte für jede Folie eigentlich die gleiche Fußzeile, da könnte ich das jetzt natürlich reinschreiben. Und das kann ich mit für alle übernehmen, nun für alle meine Präsentationsblätter einfach übertragen. Dass das nun hier ist, liegt jetzt an der speziellen Folie und dem Design. Normal ist die Fußzeile natürlich unten, deswegen heißt sie auch Fußzeile. Wenn ich nun was ändern möchte, kann ich auf dem jeweiligen Blatt aber auch hier drauf gehen und am Ende noch was hinschreiben. Ist jetzt ein bisschen schwierig, weil das so auf dem Kopf steht, aber hier habe ich jetzt was geändert und sehen wir auch, dass das nur auf diesem Blatt ist. Von daher kein Problem, auch nachträglich einzelne Fußzeilen noch zu verändern. Wenn ihr jetzt ein spezielles Design habt, das euch gefällt, aber wie hier die Position der Fußzeile nicht optimal ist, dann können wir das natürlich im Folienmaster noch ändern. Den finden wir im Reiter Ansicht und dann in der Gruppe Master Ansichten hier den Folienmaster. Klicken wir drauf, kommen wir in den Modus, in dem wir das einstellen können und nun ist es natürlich wichtig, auf welcher Ebene wir das tun. Der Folienmaster definiert natürlich alle unterschiedlichen Designs, die voreingestellt sind. Für so eine zentrale Einstellung kann es sich natürlich lohnen, die oberste Ebene zu nehmen, damit es für alle Unterdesigns auch übernommen wird. Das machen wir auch mal so. Und jetzt wähle ich mir hier die Fußzeile aus. Jetzt könnte ich sie zum Beispiel erstmal drehen, dass sie hier wieder in einer Position ist, mit der ich gut arbeiten kann. Und jetzt positioniere ich sie noch unten drunter. So sieht es doch ganz gut aus. Und wenn ich damit fertig bin, klicke ich noch auf Master Ansicht schließen und wir sehen, dass jetzt hier meine Fußzeile eben auch hier unten ist. Das heißt, die Fußzeile zu aktivieren und zu bearbeiten ist kein Problem und auch sie später nochmal an eine andere Stelle zu packen, ist ebenso einfach, wenn man weiß, wo sich die Funktionen dafür befinden und auch wie man mit dem Folienmaster umgeht. Das war es dann an dieser Stelle auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Tutorial wieder. Bis dahin, euer Schawo. Ciao. Bis dahin, euer Schawo.